ja wohl jetzt das erste mal hier nach masanaga war eine besondere schere aber eigentlich geschichte hier liegt ein hund und hier liegt ein ruhiger und ja ja so jetzt normalerweise ist ja eigentlich soweit alles okay soll geht es jetzt behaupte einfach mal so in der raum hinein dass man wieder und was müssen wir noch freischalten auch mit hubs warte mal china burg sind wir jetzt das haben wir da waren wir das haben wir hier gemacht überhaupt ach so das vorzimmer vom dojo aus könnten wir jetzt hoch wieder zum ziehvater u ja das wird dann das erst wieder freigeschalten und dann können wir wieder erst im kurszimmer geheimgang vom marotentempel aus dieser verschloss altes grab haben wir alles ich war in der großen schronger schlange sitzimmer das hat sich alles eigentlich erledigt oder gut ach in der talsperre ich glaube nicht dass da noch etwas neues ist das würde man nicht so aussehen oder sehr gut und dann der tempel und die spotted water lichter auf dem wasser stellen die Was? Moment mal, das waren doch die... Wieso konnte ich da jetzt nicht hier? Ich hab doch doch gerastet. Oder hab ich doch nicht gerastet? Als bin ich total überflucht. Ach Scheiße... Krieg ich nur mal erst ins Giftbückel. Hab ich jetzt doch nicht gerastet, nachdem das die... ...beiden... ...überdimensionierten... ...Schimpansen... Sag ich einfach mal... ...Schimpansen... Das kann doch nicht sein. So, das ist also... Das habe ich... Das Video habe ich wieder gelöscht mit dem Schlangebirt. Ach Scheiße... Ja, ich kann Kotze. So, wir gehen nochmal da raus rum. Was ist denn das hier? Ah! Spring doch! Der trauert! Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Das ist jetzt noch einmal ein... ...kopfloser, ja... ...deswegen ist das... Ach, sag mal... ...was haben die da alles neu geparkt? Was ist denn das? Was ist denn das? Das brauche ich nicht. Was ist denn das? Das gibt mir nicht mehr... ...das bräuchte ich... Ach, göttliches Konfetti... ...ääh... ...güttliches Konfetti... ...hab ich da noch? Ja... Ach du Scheiße... ...da war ich jetzt nicht... ...damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet... ...und 6.600 Ziele... ...naja... ...drei habe ich... ...ich kann eh nicht viel machen... ...means also... Wer ist denn das? Wow... CG-Man wieder! Wow, 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 wow... Bring doch mal das Ding! CG-Man! Hopp, CG-Man! Ach Gott, da hat ja wieder schon... ...zwei Balken... ...die wollen ich einzu... Ja, wir haben Graue schon wieder... Ach, ich habe gar nichts gegen Graue... Scheiße... ...ich hätte etwas gegen Graue... ...einbauen sollen... Ach doch, ich habe doch die... ...melierte... ...Kürbisflasche... Lauf! Aaaaah... ...Fuck you! Du Dreckst! Tiny! Oah, scheiße, ja... ...auch scheiße... ...göttliches Konfetti... Scheiße, Freunde... Bis ist das ausgerüstet ablos. Da ist der halbe Ding verlaufen, ja. Weg, nicht du... Trauen. Trauen! Weg, da verschwindet wieder. Du ist da, du ist da, du komm da! Wow, da wäre ein Tisch! Oh, greife! Scheisse, ach Scheisse, ja. Ach Scheisse. Was habe ich denn jetzt wieder geschafft? Göttliches Konfetti? Ach Scheisse, Scheisse, Scheisse. Ach Scheisse, jetzt bin ich zu blöd dazu, das Ding zu bedienen, ja. Ach, ich geh... Ach, ich geh... Ach, ich geh auf der Haarspeise, ja. Ach, fuck! Dann tue ich nicht so viel Neue. In die Scheisse. Den Missbrauch, nicht, da. Das muss reichen, ja. Habe ich denn da noch? Halt, Auge, ne. So, ein... ... 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 so das schwert sich kommt der da runter weg die anderen Seiten Oh! Ah, fuck you! Donnie war Scheiße Donnie war Scheiße, ich hab gekonfetti mehr Oh, euer Kopf, du Polsischer Was? Ring des Unzufriedenen Ein alter Ring für zarte Finger Eisvogel wurde eingraviert Damit wird das Flötensignal Prothesenmodul verbessert Diesen Ring beim Blasen des Flötensignals zu tragen Erzeugt eine traurige Melodie Einsamkeit und Schönheit der weinenden Stimme Sind vielleicht trübsinnig genug Um eine zornige Stimme verstummen zu lassen Okay, das verstehe ich jetzt sowieso nicht Aha So, aber jetzt haben wir den Rasti Platz hier Das darf nicht wahr sein, die haben da nochmal länger versteckt Erstmal rasten jetzt Okay, dann würde ich sagen Bevor wir uns jetzt Machen wir erstmal einen Cut